Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an Ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo Frido, ich bin dein Spiegelbild. Dann bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Nach morgen bis zum 1.00 Uhr. Würdest du mich in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne hier zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die hockt für dich in der Schule? Und alle denken, du wärst plötzlich so ein Sucherstreber. Wo hast du den her? Na ihr Duschen? Sie sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. Der einzige Weg perfekt zu sein. Guten Morgen Frau Clarita. Unsere ganze Klasse ist im Spiegel verschwunden. Ist du selbst zu sein. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist mein Zuhause, ich seins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse jetzt. Yes! Unheimlich perfekte Freunde. Leopold! Jetzt nicht das Ding, sorry. Sorry.